Lieber Philipp, ich grüße dich. Ich grüße dich zurück. Ich habe es gemerkt, wir wollten jetzt gerade ein Video drehen bzw. ein Interview führen, aber ich merke gerade, du hast hier so viel zu tun, du bist so sympathisch und dann haben wir festgestellt, jetzt haben wir drei Jungs aus Düsseldorf hier, drei sympathisch. Du bist der? Ich bin der Mustafa, komme aus Düsseldorf mit meinen Jungs und ihr seht hier ein super Projekt und zwar Bio-Getränke und ihr seht auch das Fahrzeug, das Konzept dahinter, ist echt ein cooles Konzept und wir schon aus Düsseldorf fahren voll drauf ab, ist coole Geschichte, wenn ihr was braucht, einfach unter Kitty Cat und dann kennt ihr das. Sehr schön, dazu kommen wir gleich. Genau, das ist der Betreiber dann, zu dem Philipp, super Kerl übrigens. Genau, dazu kommen wir noch zum Schluss, weil der Philipp wird ja, der ist ja der Erfinder bzw. auch der Gründer von diesem Produkt, das wird er jetzt uns mal vorstellen, aber ich wollte einfach mal noch als Kunde euch mitnehmen. Aber wer bist denn du? Ich bin der Valentin, komme aus Düsseldorf, ja und was soll ich dazu sagen, ist eine coole Idee. Sehr gut, also wir sind ja hier vor Brandenburger Tor, wahrscheinlich seid ihr hier zum Besuch gekommen, ja genau. Und wer bist denn du? Ich bin der Sam aus Düsseldorf, ja. Es ist mega hier, was der Philipp ist hier und hier. Und was gefällt dir am besten, das Auto oder eher das Getränk? Ja, das Auto ist natürlich mega und der Philipp ist mega sympathisch, also praktisch hier das Produkt, ne, hier? Ja, absolut, absolut. Sehr schön. Coole Idee, Philipp! Und das ist der Mann, der das soweit gebracht hat. Der Zuständige für das Ganze. Genau, jetzt werde ich natürlich nicht als Moderator weiterreden. Philipp, erzähl uns doch, worum geht es hier eigentlich? Hier, wie man sieht, geht es um Getränke. Das sind Tee-Getränke oder Erfrischungsgetränke generell, das ist aber auch der Name Tee-La. Ja. Wir dealen mit Tee. Okay, wie kommt dann der Name Tee-La? Tee-La-Dealer, das ist so ein Wortspiel. Ah, so. Let me your Tee-La, das ist das Morgen dazu. Wir dealen gesunde Erfrischungsgetränke made in Berlin. Okay, wahrscheinlich hat das was mit Tee zu tun, deswegen Tee-La oder wie, oder liege ich falsch? Genau, das hat was mit Tee zu tun. Grüntee, Schwarztee, Weißen Tee, haben wir alles da. Sehr schön. Wahrscheinlich werden jetzt viele fragen, wer du bist, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du, wie bist du auf die Idee gekommen? Kannst du unser Fan mal kurz was erzählen? Ganz kurz und knackig, ich bin der Philipp, wie du es schon erwähnt hast, 21 Jahre jung. Die Idee kam früh mit 16 zu Fitnesszeiten, da haben wir einfach zuckerarme Getränke gefehlt, auch ohne anderen Schnickschnack, so Süßungsmitte und so ein Zeug. Ich habe einfach mein eigenes gemacht, damals noch kommst du zuckerfrei. Da haben wir 18 direkt nach dem Wirtschafts-Abi dann gegründet, sind mit meinem Zwingungsbruder zusammen. Ja, so kam die Idee und seitdem sind wir da, seit drei Jahren. Sehr schön. Also ich wünsche dir natürlich viel Erfolg dabei und würde dich auch natürlich unterstützen. Ich fand dich, wir haben uns ja gestern kennengelernt, natürlich wollten wir gestern das Video drehen, aber da war ja zeitlich nicht möglich, es war ziemlich dunkel. Auch gerade haben wir noch so gerade hinbekommen, weil das Licht macht ja nicht mit. Und dann haben wir gemerkt, hier sind auch drei Jungs, die sind ziemlich neugierig. Die wollten auch im Video dabei sein. Danke Jungs, unterstützt den Philipp, gibt es auch eure Freunde weiter, wir werden uns sehr freuen. Alles gut, liken und immerhin da dahinter bleiben. Dankeschön. So, dann bis demnächst. Ciao.